Wirbelsäule, Extension und Flexion, das ist ganz ähnlich wie die sechs Wirbelsäulen-Positionen, nur es gibt jetzt einen großen Unterschied. Die Hüfte, die Hüften und das Becken, das bewegt sich jetzt mit, darf sich mitbewegen. Wenn man nach hinten geht, dann macht man da so viel, wie für einen okay ist. Ihr seht, Annika macht relativ viel, sie hat es viel trainiert und es wird aber bei einem Untrainierten sehr viel weniger sein. Seid da vorsichtig, wenn man nach vorne geht, da gibt es da weniger Probleme, als nach hinten zu gehen. Also Becken und Hüfte geht jetzt mit. So, Spinal Extensions and Flexions, this is similar to the six Spinal Positions that we showed in the beginning. Just that now the pelvis and the hips, they're adding to the movement and you see Annika is going quite far back. You don't have to go so far back in the beginning, not at all. Like, be careful with how far you're going back. Going to the front is much less likely to cause problems. And she's really nicely rounding again in the spine when she's going back and forth. Just do it the way that is good for you. Not too much, but we are exploring our range of motion here. Here we go. 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 Here we go.